Hallo Leute, in den letzten Tagen habe ich wieder einige Fragen bekommen und zwar zum Thema Autokauf und zwar soll ich lieber das Auto kaufen oder leasen und wie kann ich überhaupt wirtschaftlich ein Auto kaufen und wie viel soll ich überhaupt für das Auto ausgeben und auf diese Fragen möchte ich euch in diesem Video eine Antwort geben, wer wisst, bin ich ja ein bekennender Autoliebhaber und trotzdem kann man das Ganze einigermaßen wirtschaftlich machen. Mal die erste Frage zu beantworten, kaufen oder leasen. Also leasen ist in den meisten Fällen zu sehen wie ein Kredit und meistens hat Leasing auch recht teure Zinsen, oft bei Tesla zum Beispiel haben sie mir angeboten 5% Zinsen, also zu 5% Zinsen werde ich sicherlich keinen Kredit aufnehmen, weil am Ende Leasing auch eine Zahlungsverpflichtung ist, das heißt nur wenn mal der Zinssatz entsprechend subventioniert wird, wäre, 2 zu 1% Zins, würde ich es vielleicht machen, weil ich ja jetzt bereits eben Immobilienkredite beispielsweise auf 3,3% koste, aber solange der Zinssatz zu teuer ist, ist es ja eigentlich verrückt zu solchen Geldern Schulden aufzunehmen und Leasing ist gleich Schulden, es heißt nur anders, weil in diesem Fall eben der Pkw nicht dir gehört, sondern der Leasinggesellschaft, deswegen machen sie überhaupt das Geschäft, aber am Ende ist wirtschaftlich berechnet genau dasselbe. Also macht null Sinn, einen Pkw zu leasen und die teuren Gebühren und Zinsen zu zahlen. Es gibt aber eine Ausnahme, abgesehen, falls es mal im Leasing irgendwo subventionierte Zinsen gäbe. Das zweite Thema ist nämlich, es gibt manchmal ein sogenanntes herstellersubventioniertes Leasing. Normalerweise funktioniert Leasing so, du kaufst den Pkw, hast dann gewisse Limitationen auf den Pkw, zum Beispiel wie viele Kilometer du fahren darfst und ähnliches und am Ende hast du entweder die Auskaufsoption, dass du das Auto am Ende kaufen kannst, ist nicht in jedem Leasingvertrag drinnen, und zwar zum sogenannten Restwert. Und der Restwert ist der kalkulatorische Wert, der sich eben berechnet aus dem Kaufpreis des Autos minus Leasinganzahlung minus kalkulatorischer Tilgungsraten, jede Leasingrate hat ja wie ein Kredit, Zins und Tilgung, und das wäre der kalkulatorische Restwert. Und wenn die Leasingrate niedriger angesetzt ist, um dich dazu zu bewegen, das Auto zu kaufen, ist meistens der kalkulatorische Restwert sehr hoch, und das heißt, du würdest das Auto am Markt billiger bekommen, als du zahlen müsstest, das heißt, du wirst es normalerweise nicht kaufen. Allerdings hat die Leasinggesellschaft auch vorgesorgt, denn in sehr vielen Leasingverträgen hast du ein sogenanntes Restwertrisiko. Das heißt, wenn die Leasinggesellschaft sagt, zu dem Restwert des Leasings kann ich das Auto nicht verkaufen, dann zahlst du noch entsprechend drauf auf den Leasingvertrag. Zusätzlich gibt es noch Strafgebühren, wenn du zu viel Kilometer fährst, oder wenn das Auto Schäden hat und ähnliches, wenn du es an die Leasinggesellschaft zurückgibst und nicht entsprechend herauskaufst. Das heißt, du musst dir wirklich immer das Kleingedruckte anschauen, und Leasing lohnt sich eigentlich nur, wenn du eine sogenannte herstellersubventioniertes Leasing hast. Das heißt, wenn die Leasingrate unüblich niedrig ist, sei es eben, dass die Tilgung unüblich niedrig ist, oder auch der Zinssatz unüblich niedrig, und dann kein Restwertrisiko ist. Das heißt, der Hersteller nimmt das Restwertrisiko, und dadurch ist es praktisch eine Art Subvention oder Kaufpreisnachlass auf das Auto, was eben der Hersteller verwendet, um ein Fahrzeug in den Markt zu pushen oder seine Absatzzahlen zu steigern. Solche Dinge gibt es hin und wieder. Im jetzigen Marktumfeld, wo Autos knapp sind, gibt es sowas kaum, aber in Zeiten, wo es ein Überangebot an Autos gibt, machen das manchmal Hersteller ganz gerne. Und in solchen Fällen kann sich tatsächlich Leasing lohnen, aber nur, wenn du kein Restwertrisiko hast und gleichzeitig eben die Leasingrate unüblich niedrig ist, sodass eben der kalkulatorische Restwert viel höher ist als am Ende der Marktwert nach der Laufzeit. Und auch beim Leasing musst du darauf achten, dass du nicht zu viele Kilometer fährst, die gibt es auf teure Strafen, und natürlich, dass das Auto keine groben Schäden hat, und das Auto ist per Definition Vollkasko zu versichern. Das haben wir einmal Kaufen versus Leasing. Dann die nächste Frage, wie kann ich denn Autos vielleicht noch in irgendeiner Weise günstig kaufen oder günstiger Auto fahren? Ich habe schon einmal gesagt, vielleicht die günstigste Art und Weise, Auto zu fahren, ist vielleicht ein alter Porsche oder ein alter Jaguar Cabrio oder eine gebrauchte S-Klasse kann günstiger sein als ein neuer Audi A4, weil natürlich bei all diesen Autos das Thema Wertverlust nicht gegeben ist. Und es ist tatsächlich so, wenn du jetzt ein Luxusauto kaufst, ein gebrauchtes mit wenig Laufleistung, zum Beispiel von einer Botschaft oder ähnliches, wo der Wertverlust schon weit gekommen ist und wo der zukünftige Wertverlust relativ gering ist und du das Auto gut behandelst, das Auto keine groben Reparaturen hat und das natürlich auch genau durchgecheckt werden muss, kann so ein Auto tatsächlich deutlich günstiger sein als du kaufst ein Neuauto oder einen Vorführwagen, der noch den ganzen Wertverlust vor sich hat. Das heißt, es kann tatsächlich günstiger sein, eine 5 oder 7 Jahre alte S-Klasse aus einem Botschaftsfuhrwagen zu fahren als einen neuen Audi A4 oder A6, auch wenn du in diesem Fall hast du zwar vielleicht nicht die neueste Technologie, aber das ist ein Luxusauto im gepflegten Zustand, was man überall hinstellen kann und nicht ein Auto, was sofort viel Wert verliert. Noch besser kann das sein, wenn du gebrauchte Luxus-Cabrios kaufst, weil auch beim Oldtimer-Markt merkt man, dass Cabrioliers eine deutlich stärkere Wertentwicklung und Wertstabilität haben als Coupés. Wenn du das jetzt vergleichst, Ferrari Cabrio vs. Coupé oder Mercedes Cabrio vs. Coupé oder Porsche Cabrio vs. Coupé, bei Oldtimern oder selbst VW Käfer Cabrio vs. Coupé oder VW Golf Cabrio vs. Coupé, siehst du natürlich drastische Preisunterschiede. Die Cabrios sind langfristig viel wertstabiler und steigen auch langfristig im Wert. Und das heißt, wenn du dir beispielsweise als Zweitwagen, insbesondere für den Sommer, in einem alten, älteren, sieben, zehn Jahre alten Jaguar Cabrio oder Aston Martin Cabrio oder Ferrari Cabrio, wenn du entsprechend Geld dafür hast, natürlich zulegst, hast du bei diesen Autos kaum einen Wertverlust, weil egal wie alt das Auto ist, das ist immer Style, ist immer cool zu fahren im Sommer. Ein stark motorisiertes Luxus-Cabrio, der kann 20, 30 Jahre alt sein und wenn das Auto gepflegt ist und du pflegst das ebenso und du fährst das Auto entsprechend, wenn das Wetter schön ist und nicht, wenn du Salz auf der Straße legst, ein ähnliches, dann kostet dich auch die Instandhaltung nicht zu viel. Die Instandhaltung von solchen Autos wird nicht sehr teuer, wenn du es schlecht behandelst, wenn du den Motor, wenn er kalt ist, entsprechend hochdrehst, wenn du zu viele Kilometer drauf fährst, wenn du Straßenunädenheiten nicht aufpasst und ähnliches, da kann dich so ein Auto schnell arm machen. Das heißt, man muss sowohl die Vorgeschichte genau prüfen, den Zustand genau prüfen und auch das Auto sehr gut behandeln, dann ist das tatsächlich vermutlich einige der günstigsten Art und Weisen, Auto zu fahren. Also auch mein Aston Martin, der ist jetzt 10 Jahre alt, der wird nicht mehr im Wert fallen, der wird höchstens steigen und die Instandhaltung und Reparaturen, da ich den Wagen halt primär im Sommer erfahre und eher mal auf Urlaub oder so, ist relativ überschaubar und damit hast du natürlich, wenn wir es mal, geringere Kosten als bei jedem Neuwagen, weil natürlich der Wertverlustkomponente nicht mehr gegeben ist. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, wo aufpassen muss, das Thema Steuern. Ja, Steuern sind ein ganz wesentlicher Punkt, vor allem seitdem es Elektroautos gibt. Da macht es einen großen Unterschied, ob du jetzt ein Elektrofahrzeug hast, ein Hybridfahrzeug oder einen normalen TKW und dann natürlich auch noch, wie viele Emissionen der TKW entsprechend ausstößt. Weil natürlich bei einem Neuwagen, so in Österreich, gibt es massive Strafsteuern bereits auf PKWs, die starke Emissionen ausstoßen. Auch in Deutschland wird das immer mehr diskutiert, auch in Österreich wie Deutschland spiegelt sich das natürlich auch etwas am Gebrauchtwagenmarkt. Wieder, wenn der Neupreis so gestiegen ist, steigen natürlich auch etwas die Gebrauchtwerte, nicht im selben Ausmaß, aber trotzdem. Und gleichzeitig kannst du natürlich recht wenig von der Steuer abschreiben. Beziehungsweise du hast einen hohen Privatnutzungsanteil, wenn das Auto in der Firma ist. In Österreich bis zu 1,5% des Neupreises pro Monat. In Deutschland bis zu 1% des Neupreises pro Monat. Wenn entsprechend das ein normaler Benziner ist. Wenn das Auto bereits ein Hybridfahrzeug ist, aber auch hier wird es bald einige Änderungen geben, kannst du das teilweise auf 0,5% reduzieren. Sodass schon mal ein Hybridfahrzeug deine steuerliche Position bei einem Firmenwagen deutlich verbessert. Aber nicht ein reines Elektrofahrzeug. In Österreich gibt es überhaupt keinen Privatnutzungsanteil. Das heißt, das ist nicht ein großer Vorteil. Die Firma bezahlt es. Und am Ende kannst du das Auto steuerfrei fahren. Inklusive aller Kosten. Und auch in Deutschland ist es natürlich so, dass du auf ein reines Elektrofahrzeug, was unter 60.000 Euro kostet, nur 0,25% Privatnutzungsanteil hast. Das heißt, auch in Deutschland hat das natürlich massive Steuervorteile. Was natürlich die Kosten des Fahrzeuges, wenn ein Arbeitgeber das Auto bezahlt oder auch deine Firma das bezahlt, die dir gehört, natürlich die Kosten massiv senkt. Ich würde sagen, fast halbiert. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich habe eine kalkulatorische Rate für so ein Auto, beispielsweise von Tesla, von 1.000 Euro. Ich muss 1.000 Euro aus nachversteuertem Geld bezahlen. Ist das halt dasselbe, wie wenn du eben 2.000 aus unversteuertem Geld bezahlst. Also das macht schon erheblich etwas aus. Oder wenn du jetzt sagst, die Firma zahlt etwas, was 1.000 Euro kostet, dann wäre es wie so, wenn du 500 Euro privat hättest. Das heißt, im Autosprachgebrauch auf der einen Seite wäre ein Tesla Model 3 von deinem Arbeitgeber oder von deiner Firma bezahlt, äquivalent wie ein Renault Zoe vielleicht privat gekauft. So würde das ungefähr ausschauen. Das heißt, insbesondere wenn man günstig Auto fahren will, sollte man Elektroautos berücksichtigen. Auch im Hinblick darauf, dass eben Elektrofahrzeuge einen viel geringeren Wartungsaufwand haben. Teilweise, vor allem wenn du kostenlos tanken kannst oder subventioniert tanken kannst, teilweise auch natürlich viel geringere Treibstoffkosten. Und bei manchen Elektroautos, zumindest bei Tesla, ist das auch einen sehr guten Wiederverkaufswert. Also die Tesla Model S, ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich jetzt gerade dabei bin, meinen zu verkaufen, wenn ich jetzt den Tesla Plate bekomme. Ja, und ich habe das Auto vor fünf Jahren gekauft, bin 100.000 Kilometer fast draufgefahren und der Wertverlust war unter 50% von meinem Einstandskurs. Das heißt, das ist auch eine sehr Werte haltend. Es gibt auch einige Interessenten bereits dafür. Das heißt, der Markt ist für Teslas relativ liquide und der Wertverlust überschaubar oder besser als bei anderen Fabrikaten. Das heißt, man sollte ernsthaft überlegen, wenn man wirtschaftlich Auto fahren will, das Thema Elektroauto. Im Bild zusammen, ich weiß nicht, jeder mag es, aber trotz allem, wenn man wirtschaftlich denkt, kann man hier natürlich ein viel schöneres Auto fahren um das selbe Geld oder sich viel Geld ersparen und das investieren, je nachdem, wie wichtig für jemanden Autos sind. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Leasing. Ein No-Go. Konsumschulden sind generell ein No-Go mit zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist, wenn du irgendwelche Zinssubventionen bekommst, das heißt, wenn aus irgendeinem Grund, so wie ein KfW-Kredit bei der Immobilie, du 1% Zinsen aus irgendeinem Grund von Leasinggesellschaft bekommst, was eher unwahrscheinlich derzeit ist, oder wenn du ein Herstellersubventioniertes Leasing hast, ohne Restwertrisiko mit sehr geringen Leasingraten. Dann ist das wie eine Kaufpreissubvention und dann kann sich in diesem Fall unter Umständen Leasing lohnen, aber ansonsten ist es wie ein Konsumkredit und ist entschieden abzulegen. Wenn du das Auto nicht leisten kannst, dann kaufst du was Günstigeres. Der zweite Punkt ist, dass man überlegt, sich ein solides, gebrauchtes Luxusauto zu kaufen, aus einem Botschaftsfuhrpark oder von einem Sammler, der das nur als Zweitwagen gefahren hat, ein Auto, was wenig Laufleistung hat, sehr gut behandelt wurde, was man auch selbst sehr gut behandeln muss und wo eben das Thema des Wertverlustes nochmal sehr gering ist, beispielsweise bei einer größeren Limousine oder bei einem SUV und wo das Thema Wertverlust praktisch überhaupt nicht vorhanden ist, eher ein Wertgewinn bei fünf bis acht Jahre alten Cabrios, die am Markt gefragt sind und die auch von ihrem Design und von ihrer Ausstattung entsprechend passend sind. Also zum Beispiel vielleicht ein eingelber Jaguar wird vielleicht nicht so passen, aber ein British Racing Green Jaguar oder Mitternachtsblau Jaguar oder sowas oder Aston Martin, sowas kannst du auch in zehn Jahren noch immer überall hinstellen und der wird sehr stylisch ausschauen. Und das dritte ist eben das Thema Elektroautos und Steuern, beziehungsweise auch in eingeschränkter Form noch Hybridfahrzeuge. Wenn du diese drei Dinge berücksichtigst, kannst du relativ günstig Auto fahren und last but not least, du musst natürlich Autos auch pfleglich behandeln. Das hängt natürlich auch viel davon ab, wie viel du pro Jahr fährst und auch wie du das Fahrzeug behandelst. Gerade bei teuren Fahrzeugen spielt natürlich eine erhebliche Rolle, wenn du das pfleglich behandelst, sind die Reparaturen gering. Wenn du schlecht behandelst, können dich die Reparaturen schnell arm machen. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zum Thema Investieren und Geld verdienen und Finanze über beiden erfahren willst, schau auf meine Plattform www.investinbank.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.